Herzlich willkommen zur wissenschaftlichen Tagesschau heute, zur Talkshow freie Argumenteplattform, einer Übung für die Vorwahlen Minivolksentscheide, die natürlich nur funktionieren, wenn man da einen großen Fernsehsender hat. Ja, und zur Begrüßung fange ich damit an, dass ich mal sage, was so eigentlich das Endergebnis der Epoche der Aufklärung insgesamt ist. Das Endergebnis ist eigentlich, dass wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren ungefähr 20% der Bevölkerung, wenn es hochkommt, vielleicht 20% der Bevölkerung, endlich verstanden haben, dass wir eigentlich von den Gesundheitssparten regiert werden. Dass die Gesundheitssparten eigentlich sagen, wie sie die Welt sehen, Dass sie Viren als absolut unendlich gefährlich ansehen. Dass sie der Bevölkerung, der Weltbevölkerung empfehlen, Impfungen zu kaufen. Und die Gesellschaft hat das eins zu eins übernommen. Weil ja unsere Staaten regiert werden von den Konzernen und von den Lobbyisten. Und die Konzerne auch in den Medien drinstecken und dort entscheidende Geldgeber sind. Also man kann sagen, die Welt wird regiert von Konzernen und Lobbyisten. Und das haben jetzt 20% verstanden, dass da was nicht stimmt. Jetzt zeige ich mal ein anderes Bild. Das heißt, 80% der Bevölkerung leben in der Illusion, es gebe nur den kooperativen Anteil. Alle seien Engels, gleiche Wesen und alle würden nur Wahrheiten sagen. Keiner würde sich irren. Alles wären Wahrheiten und unsere Staaten, unsere Politiker würden die Wahrheiten der Medizinsparten und Gesundheitssparten übernehmen. Und entsprechend handeln und das Handeln wäre gut für uns alle. Und 80% haben aber gemerkt, 20% haben aber gemerkt, also 80% merken gar nichts. Und 20% haben gemerkt, da ist aber doch ein antikooperativer Anteil. Da ist doch irgendwas nicht richtig und da sind doch irgendwie Unwahrheiten und die Daten und die Statistiken. Alles stimmt doch irgendwie nicht. Oder wenn man nach Weißrussland blickt, die haben gar nichts getan und da stirbt praktisch kaum jemand. Also jedenfalls nicht mehr als in jedem normalen Jahr auch. Und damit haben diese 20% eigentlich die Tür geöffnet, einen Spalt weit zu erkennen. Ja, hoppla. Da gibt es offensichtlich sowas wie vorteilbringende Irrtümer, fachlich gesagt parasitäre Meme-Killer-Viren des Geistes. Vorteilbringende Irrtümer an die Glauben, die Medizinsparten, die Gesundheitssparten und dementsprechend handeln die und dementsprechend handeln dann da ja eben die Konzerne und die Lobbyisten. Die Staaten lenken, glauben die das und im Moment findet dann eine unendliche Geschichte statt, wo ja, also sozusagen im Moment Milliarden verdient werden. Milliarden verdient werden durch den Verkauf verschiedenster Dinge. Impfungen, Maskentests und so weiter. So, und jetzt gucken wir weiter. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, dass die Gesundheitssparten ja nur ein Teil der Sparten sind der Gesellschaft. Das ist der große Kuchen, von dem möchten alle so viel wie möglich abbeißen. Das ist jedenfalls die Aufgabe jedes biologischen Organismus, möglichst viel Futter zu beschaffen und noch andere Ressourcen. Aber Futter gehört eben mit dazu und Futter wird ja bei uns symbolisiert durch Geld. So, und jetzt haben wir hier die Gesundheitssparten. Ja, und die fressen sich jetzt riesige Teile aus dem Kuchen, beißen die sich jetzt gerade ab. Die ganze Gesellschaft, die ganze Welt geht zugrunde, aber diese Sparten, die Gesundheitssparten verdienen sich dusselig und dämlich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, schade, dass Ihre Parteikollegin nicht da ist, was ich ihr jetzt gesagt hätte. Wie kommen wir aber jetzt auf die Idee, dass wenn das eine so, wenn man jetzt begriffen hat, dass das eine so katastrophal gegen die Gesellschaft, gegen die Menschen, gegen die Wählerinnen läuft. Wie kann man auf die Idee kommen, dass das ein Einzelfall sei? Und wie kann man auf die Idee kommen, dass die Sozialsparten zum Beispiel, also Arbeitsamtmitarbeiter, NGOs, Sozialberufler und so weiter, dass das nicht auch alles schief läuft und nicht die auch Geschäfte auf Kosten der Gesellschaft und der Wählerinnen machen. Und wie kommt man auf die Idee, dass der Bereich innere Sicherheit, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Rechtsanwälte, dass die jetzt plötzlich Engel sein und nicht auch nur eine Sparte sind, die auch wieder genau wie die Medizinsparten uns allen riesigen Schaden zufügen. Ja, weil alle nur mehr Karriere machen können im Bereich innere Sicherheit, wenn es mehr Verbrecher gibt. Wir sind zwar dann die Opfer dieser Verbrechen, aber die Leute machen ja mehr Karriere, je mehr da los ist. Und dann haben wir dann hier zum Beispiel die Rüstungssparte hier oben, ja, die Rüstungssparten, ja, die also sozusagen dann gut verdienen, wenn wir mal wieder einen Krieg machen, ne, und dann können die richtig schön verkaufen, ne. Und das ist jetzt eigentlich das Endergebnis der gesamten Aufklärung, dass unsere Gesellschaft genau so funktioniert und dass der normale Bürger immer das Problem hat und jetzt auch in den Parteien die Mitglieder das Problem haben. Sie sehen hier mit den Gesundheitssparten, da stimmt was nicht. Aber es fehlt Ihnen die Möglichkeit zu erkennen, ja, hoppla, wenn da 80% der Bevölkerung Opfer von Manipulationen, also von vorteilbringenden Irrtümern in den Gehirnen sind und 20% das durchschaut haben. Wie komme ich dann auf die Idee, dass der Rest meines Weltbildes realistisch sein könnte? Könnte es nicht sein, dass auch der Rest meines Weltbildes unabhängig von der Gesundheitssparte auch nur das Resultat der vorteilbringenden Irrtümer der anderen Sparten ist, die an mir nagen und die mich anfüllen mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, sodass ich eigentlich mein ganzes Weltbild eventuell ein Manipulationsergebnis darstellen könnte? Und wenn ich dann Parteipolitik mache und dann im großen Teil mein Weltbild einbringe und mir die Reformen so mache, wie ich sie nach meinem Weltbild mir denke, dann befolge ich eigentlich wahrscheinlich nur die vorteilbringenden Irrtümer bestimmter anderer Sparten und mache dadurch keinen großen Wurf als Parteiprogramm, sondern nur ein Würfchen, weil eigentlich im Gesundheitswesen, ja okay, da steht man kritisch zu, aber bei allen anderen Reformbereichen und allen anderen Sparten betreffend, da bleibt man im Glauben an die vorteilbringenden Irrtümer. Und das ist das entscheidende Punkt, den man jetzt, den ich jetzt Ihre Kollegin gefragt hätte, können Sie sich für den heutigen Abend öffnen, für den experimentellen Gedanken, für die Frage, besteht mein Weltbild möglicherweise nur aus manipuliert worden sein durch die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten? Ist das, was im Gesundheitssystem geschieht, nur ein Beispiel für den Rest unseres Lebens? Woher nehme ich die Sicherheit, frei zu sein von vorteilbringenden Irrtümern in den anderen Bereichen, wenn es um andere Reformen geht? Und genau das ist das Endergebnis der gesamten naturwissenschaftlichen Arbeit, der sogenannten Epoche der Aufklärung, die mit Kopernikus, Kepler, Galilee und so weiter begann und eben jetzt mit Darwin und Weltrat und Next Scientists for Future ihren Abschluss gefunden hat. Nämlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass überall vorteilbringende Irrtümer sind. Und das ist jetzt die Begrüßung für heute sozusagen, Frau Mesli. Wären auch Sie offen für diese Frage? Und ich beende jetzt diese Präsentation erst einmal wieder. So, wo muss ich hin? Ich bin jetzt hier wieder. Sie sehen mich jetzt hier wieder oder ich bin da und ich beende die Präsentation. Jetzt sehen wir uns wieder groß. Wie kommen Sie denn eigentlich auf die 20 Prozent, Herr Dillen? Ja, das ist optimistisch formuliert. Ja, also das ist optimistisch formuliert. Ich habe das daraus genommen, dass so bei den Umfragen immer mal so Zahlen sind, so 15 Prozent oder so, die so skeptisch sind bei der Darstellung, wie die Regierung und wie das Gesundheitssystem, die Sparten, die Gesundheitssparten, die Lage schildern, dass da, sagen wir mal, 15, 20 Prozent, hoffentlich 20 Prozent skeptisch einfach sind und sagen, ich glaube da nichts, ich glaube das nicht. Ja? Und das ist dann, das ist das, was wir haben. Diese 20 Prozent, die da jetzt zweifeln. Aber der Witz ist, dass in den Parteien jetzt die Leute auch wahrscheinlich sogar zu 100 Prozent in der Basis und bei wir2020.de und so weiter zweifeln, ja, an dieser Stelle. Aber was ist mit den anderen Sparten des Kuchens, am Rande des Kuchens, die alle auch fressen wollen? Haben wir da jetzt noch einen blinden Fleck? Und wenn wir da einen blinden Fleck haben, was werden wir dann für Reformen machen? Also mangelhafte Reformen, schlechte Reformen? Also, weil Sie vorhin auch von der Rüstungsindustrie gesprochen haben, gerade heute stand bei uns in der Zeitung, dass die Bundesregierung Deutschland im Jahr 2020 auch wieder die Rüstungsausgaben gesteigert hat, so um drei oder vier Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Das fand ich schon wieder ganz krass. Also wirklich, das darf einfach nicht sein, dass immer mehr Geld in die Rüstungsindustrie gepumpt wird. Vor allem aber die Amerikaner fordern das ja. Die NATO und so weiter. Und die Bundesregierung kuscht dann einfach. Das finde ich unglaublich. Ja, aber ich denke, dass was viel schlimmer ist, damit werden sich die Rüstungskonzerne nicht zufrieden geben. Es wird irgendwann wieder dazu kommen, denn wie kommen wir auf die Idee, dass nur weil wir in Europa mal 60, 70 Jahre jetzt mal keinen Krieg direkt vor der Haustür hatten, dass es gab schon immer mal Phasen, wo 100, 200, 300 Jahre mal kein Krieg war, aber der Nächste kam dann so sicher wie das Arm in der Kirche. Und ich weiß nicht, ob es, also ich glaube nicht, dass das Zeitalter der Kriege beendet ist. Sondern die wollen jetzt auch mal irgendwann wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle, so kleine Schlückchen jetzt so, Etat erhöhen und so weiter. Das reicht nicht, sondern die vorteilbringenden Irrtümer, an die all die Leute glauben, die rund um die Waffenindustrie tätig sind, und berufstätig sind. Diese Ideen werden immer tiefer in die Gesellschaft eindringen. Man sieht das ja auch schon jetzt, welche aggressive Sprache viele Medien haben, die, wenn die dann zum Beispiel über Russland reden, das sind ja schon halbe Kriegserklärungen oder so, ja, und Provokationen und so weiter. Und irgendwann wird das wieder mal zu einem Krieg führen, weil eben die Spaten keine Ruhe geben. Weil der Mensch ist halt so etwas aus naturwissenschaftlicher Sicht so etwas wie ein Bio-Roboter. Der sucht den Weg zum Futter. Und da wir ja das Problem haben, dass wir keine positiven Anreize haben, sondern es Futter eigentlich nur für schlechtes Tun gibt, werden die so lange weiter wühlen und es werden sich immer wieder Irrtümer entwickeln. und dann wird das Gehirn sozusagen sagen, ach, mit diesem Gedanken verdiene ich so viel Geld, warum sollte ich den jetzt tausendmal hinterfragen, ob er auch die Wahrheit ist. Dass Menschen sind so, dass als Bio-Roboter, wenn sie einen großen Erfolg mit etwas haben, dann wird die Frage, ist das denn die Wahrheit, an was ich da glaube, einfach leiser gestellt. Und diese Eigenschaft haben eben Menschen. Es geht eben bei Menschen nicht in erster Linie um die Frage, Wahrheit oder Unwahrheit, sondern erst einmal nützlich. Bringt es Futter? Bringt es mich hochwertigen Eizellen näher, hochwertigen Samenzellen, also die Frauen den hochwertigen Samenzellen von Männern mit guten Genen näher? Bringt es die Männer den hochwertigen Eizellen mit guten Genen der Frauen näher? Oder bringt es uns dem Futter näher? Und so ist der Mensch halt. Der Mensch ist leider nicht so idealistisch verklärt, wie wir das ja in vielen Talkshows manchmal haben, wo der Glaube ist, der Mensch, das ist so ein Lebewesen, das so sozusagen in der Wahrheit seine große Erfüllung finden kann und sein Glück finden kann. In der Masse der Menschen finden wir als Naturwissenschaftler das Gegenteil bestätigt. Nützliche Irrtümer, also vorteilbringende nützliche Irrtümer, sind den Menschen genauso recht. Da ist es auch nicht so wichtig, ob das noch eine Wahrheit ist. Ja, und jetzt, Ihre Kollegin hätte ich halt jetzt gern gefragt, ob Sie heute einfach mal sich hätte öffnen wollen für den Gedanken, Ja, hoppla, vielleicht ist mein ganzes Weltbild und auch meine Vorstellung von Reformen, die wir in der Basis machen sollten, als Reformen und den WählerInnen anbieten, vielleicht ist das nichts anderes, als dass ich zwar die Manipulationen der Gesundheitssparten jetzt gerade mal ein bisschen durchschaue, teilweise. Aber was ist mit den Manipulationen der Sozialsparten? Dann hätte ich zum Beispiel mal so gefragt, zum Beispiel, glaubt man in der Basis, dass Mindestlöhne gut seien für die Gesellschaft? Zum Beispiel. Oder ist das nur ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten? Denn Mindestlöhne führen zu Massenarbeitslosigkeit, sagt Professor Hans-Werner Sinn. Und das führt dann dazu, dass wir sozusagen, ja, letztendlich für die Sozialspartler wieder einen Weg zum Futter haben. Und wir glauben denen das, weil ja auch so gesagt wird, ja, wenn du ein sozialer Mensch bist, musst du ja für Mindestlöhne sein. Moralisch. Wird man moralisch unter Druck gesetzt und muss dann halt so sehen. So wie jetzt die Schauspieler unter Druck gesetzt wurden, das ist doch unmoralisch, was ihr da gesagt habt und so weiter. Und dann, was wird das aber für ein Parteiprogramm sein, wenn am Ende zwar die Gesundheitssparte kritisiert wird, aber alle anderen Sparten wieder nicht kritisiert werden. Die Rechtsanwälte sind zum Beispiel Mitglied der Partei, die Rechtsanwälte, denen fällt es wieder schwer, ihre eigene Sparte, nämlich das Rechtsanwaltwesen und seine Schädlichkeit für die Gesellschaft wahrnehmen zu können. Und entsprechend, dass man auch eine Rechtsanwaltsreform braucht, die genauso wie bei den Ärzten, wir haben doch gesagt, wir müssen die positiven Anreize so setzen, dass der Arzt belohnt wird, wenn er mir mit einem kostenlosen, faszinierenden Freizeit- und Wochenendkursangebot hilft, dass ich möglichst nie Krebs oder Herzinfarkt bekomme. Das ist der große Wurf, der ja auch in der Open Petition, als Petition ja großen Anklang gefunden hat und große Unterstützung gefunden hat. Dass wir das Gleiche auch bei den Rechtsanwälten machen müssen, dass die am meisten Honorar bekommen müssen, wenn sie unser Leben von juristischen Streitigkeiten freihalten, indem sie präventiv die Mietverträge auf Falschstricke hin untersuchen, indem sie präventiv bei jeder Situation uns präventiv beraten oder zur Verfügung stehen als Tippgeber, wie man verhindern kann, dass man in einen möglichen Streit hinein rasselt. Zum Beispiel, indem sie uns sagen, bitte achten sie darauf, dass sie überall klare Verträge haben, damit es nicht hinterher Unstimmigkeiten gibt. Und plötzlich der eine sich an die Sache so erinnert und der andere sich so erinnert, am besten hat man das dann schriftlich festgehalten und so weiter. Und so helfen uns dann die Anwälte der Zukunft, Streitigkeiten zu verhindern und nicht davon zu leben, dass wir uns möglichst die Schädel einschlagen und dann sie am meisten verdienen. Also ich hoffe, es ist mir gelungen, in diesem kleinen Eröffnung jetzt so den Gedanken zu öffnen, ja hoppla, das ist viel mehr als nur die Gesundheitssparten. Es ist die gesamte Gesellschaft ist morode, weil wir überall fehlen die positiven Anreize. In jedem Winkel jeder Behörde fehlen die positiven Anreize. Ja, und ich habe den Eindruck, das ist für Sie schon auch nochmal eine Erweiterung des Denkens, dass man nochmal sich klar macht, ja hoppla. Also das mit den Anwälten, das war mir jetzt völlig neu, das haben wir noch nie besprochen. Ja, sehen Sie, da gibt es noch viel mehr. Aber ich will damit sagen, ich glaube, Sie ahnen jetzt auch am Beispiel der Anwälte noch einmal, dass also wirklich der Gedanke, mit dem die meisten Menschen durch die Welt laufen, ich habe ein festes Weltbild, jetzt bei den Gesundheitssparten, da habe ich jetzt Zweifel, aber ansonsten habe ich ein festes Weltbild und ja, habe ich bestimmte politische Vorstellungen und so weiter. Aber was den Menschen fehlt, ist die Fähigkeit zu sagen, ja hoppla, vielleicht stimmt ja gar nichts von dem, von meinem Weltbild. Vielleicht ist mein Weltbild nur, besteht aus lauter vorteilbringenden Irrtümern von irgendwelchen Sparten, die mich zu irgendwas manipulieren wollten und die einfach das geschafft haben. Ich habe heute wieder mit Leuten geredet, diese 80 Prozent, von denen ich geredet habe, die glauben das wirklich, da ist kein Zweifel, das ist so, für die sind all diese Leute engelsgleiche Wesen, die es gut meinen und da gibt es niemand, will da irgendjemand rein, also niemand irrt sich, niemand irrt sich, alle befinden sich in der reinen Wahrheit und tun nur Gutes und sind absolut selbstlos und ja, da habe ich auch gar nicht gewagt, irgendwas zu sagen. Die Leute springen einem an den Hals, wenn man denen sagt, ja hoppla, sie sind durchmanipuliert von oben bis unten. Wenn man das den Leuten sagt, da springen sie einem an den Hals. Also ich hatte vorhin ein Telefonat mit einer Dame, die ich über meine Erkrankung auch kennengelernt habe und die sagt zu ihr, lass dich bloß nicht impfen. Dann sagt sie, doch, die erste Impfung habe ich schon. Ja, so ist das, so ist die Welt. Ja, aber sie will halt ihre Enkelkinder wieder sehen. Das ist halt das Problem dabei. Und sie glaubt, dass wenn sie geimpft ist, das zweite Mal auch noch und ihr Mann ebenso, dass sie dann die Enkelkinder wieder sehen dürfen. Ja, wie gesagt, man muss ja sehr, sogar jetzt bei YouTube, muss man ja immer vorsichtig sein. Man darf ja eigentlich über diese Themen auch schon gar nicht mehr sprechen. Da ist ja jetzt schon überall Verbot. Und bleiben wir ganz allgemein, bleiben wir einfach ganz allgemein. Die Sparten, noch einmal der Gedanke, wir hatten ja schon oft festgestellt, die Konzerne und die Lobbyisten regieren das Land und die Konzerne stecken auch in den Medien drin. Also die Konzerne und Lobbyisten beeinflussen die Politiker und die Politiker sind nicht in der Lage zu durchschauen, dass das, was die Lobbyisten und die Konzerne ihnen sagen, Irrtümer sind. Sind sie nicht in der Lage dazu. Besonders dann, wenn die Parteispenden nebenbei auch noch sehr großzügig ausfallen, dann leigt das Gehirn dazu, wieder nicht so stark nach der Wahrheit zu fragen, sondern sagt, ach ja, das stimmt dann, das stimmt bestimmt schon, was die so sagen. Die haben recht. Und die Journalisten, dadurch, dass ein Großteil ihres Gehaltes aus den Gesundheitssparten kommt, hat sich dort die Evolution gebildet, die Evolution rausgebildet, dass also nur Journalisten übrig geblieben sind, die sowieso von vornherein ein Denken harten, das nicht in Konflikt mit den Werbekunden steht. Und so haben wir einen, ist es quasi so, dass die Gesundheitssparten jetzt eigentlich es geschafft haben, mit uns machen zu können, was sie wollen. Und ich habe es Ihnen, glaube ich, schon mal gesagt, das Endergebnis wird sein, dass irgendwann die Polizei mit der Maschinenpistole im Anschlag vor ihrer Haustür stehen wird und sagen wird, Frau Mesli, Sie müssen jetzt, die anderen sind schwach und Sie sind stark und Sie müssen jetzt ein Niere spenden oder einen Teil Ihrer Leber, weil die anderen sind schwach. Und den Gedanken, dass Sie ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hätten, ein Menschenrecht, den haben wir schon lange aufgegeben. Den haben wir schon aufgegeben, als wir gesagt haben, dass Kinder sozusagen, dass die Eltern nicht mehr das Recht haben, zu sagen, ich bestehe auf dem Recht meines Kindes auf körperliche Unversehrtheit, ich bin nicht einverstanden mit einer Impfung. Wenn Sie das heute machen, dann wird Ihnen das Sorgerecht entzogen und dann wird das Kind zwangsgeimpft. Und das Ende der Kette ist, dass man mit der Maschinenpistole vor Ihnen stehen wird, sagen, mit der gleichen Argumentation, das Kind soll ja geimpft werden, mit der Argumentation, andere sind so schwach, die verkraften die Impfung nicht. Und deswegen wird das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit ausgeschaltet. Und die Staaten müssen zwangsweise die Produkte der Medizinindustrie kaufen. So ein Geschäftsmodell wünscht sich doch jede Konzernlinie, dass die Leute gezwungen sind, von Staats wegen gezwungen werden, deren Produkte kaufen zu müssen. Das ist doch, gibt es eine größere Erfüllung? Das ist traurig. Aber so ist die Welt. Und dabei wäre es zum Beispiel, ich habe das letztens mal so durchgedacht, da wäre aber nicht so viel Geld zu verdienen gewesen. Stellen Sie sich vor, wir hätten 30.000 Leute ausgestattet mit so kleinen Wägelchen, mit so ähnlich wie bei Tauchern, so diesen Luftflaschen, und geschlossenen Leichtbauhelmen, ganz schick, Hightech so für geschlossenes Atmen. Und dann könnten die Leute im Supermarkt völlig die gefährdeten Personen, mit schwachem Immunsystem, wären total geschützt, könnten sich danach die Hände desinfizieren und so weiter und wären total geschützt. Aber damit kann man halt keine Milliarden verdienen. Damit kann man ein paar Millionen verdienen, diese vielleicht 30.000, 40.000 Geräte für alle gefährdeten Personen in Deutschland. Und lassen Sie es 100.000 sein, aber 100.000 solche Wägelchen, das bringt so und so viele Millionen, aber es bringt nicht das Gleiche, wie wenn die ganze Welt geimpft wird. Und diese Tendenz, also nicht denen zu helfen, die schwach sind, sondern an die Starken ranzugehen und die Starken zu Käufern zu machen, aus Rücksichtnahme für die Schwachen. Das ist das Geschäftsmodell, an dem seit 40, 50 Jahren gearbeitet wird, das ich seit 40 Jahren verfolge. Und das fing damit an, mit diesem Sorgerechtentziehen, das war damals schon so, wenn Sie damals Ihr Kind, wenn ein Arzt Ihr Kind mal gesehen hat und hat gesagt, das hat Krebs und das braucht jetzt die Chemotherapie XY, dann hatten Sie verloren. Weil wenn Sie jetzt gesagt haben, nein, ich weigere mich, ich sorge für mein Kind, ich will meinem Kind dieser Chemotherapie, meinem Kind diese Chemotherapie nicht zumuten, dann wurden Sie sehr schnell, wurde Ihnen das Sorgerecht entzogen und dann wurde das Kind der Chemotherapie zugeführt und Sie können ganz sicher sein, dass die Chemotherapie nicht unbezahlt blieb, sondern sehr gut bezahlt wurde. Das heißt, der Staat macht die Menschen per Gewalt, per Staatsgewalt, schon seit längerer Zeit zu Kunden, die, und es wird quasi das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit abgeschaltet. Und da ist es nur noch einen Schritt weiter, wenn dann die Leute mit der Maschinenpistole vor ihrer Tür stehen und sagen, Frau Mäßi, Sie sind stark, wir brauchen Ihre Niere. Da ist jemand anders schon. Also ich glaube ja, dass das Ganze jetzt seine Spitze erreicht hat. Und ich hoffe, Hoffen Sie, Hoffen Sie. Ich hoffe, dass mehr als 20 Prozent das Erkennen noch werden, erkennen werden. Denn leider wird ja auch zu wenig berichtet über die negativen, möglichen negativen Folgen der Impfung. Leider. Ja, aber auch deswegen. Aber wenn das eben mehr in der Gesellschaft bekannt wird, dann werden sich auch nicht nur 20 Prozent sehen, was da alles schiefläuft, sondern eben vielleicht an 30, 40, hoffentlich 50 Prozent das auch dann mal erkennen werden. Nur, das wird halt noch eine Weile dauern, weil ja der Impffortschritt in Deutschland noch nicht so groß ist, wie man sich das, wie sich das, die Spaten wünschen würden. ja, aber... Ja, das wäre natürlich super, wenn es so käme, aber die andere Sache, die wir uns auch fragen müssen, wie viel Prozent davon, ich habe vorhin das Bild gezeigt mit dem antikooperativen Anteil, wie viel Prozent glauben wieder daran, dass gerade im Gesundheitswesen eine Verschwörung läuft? Und mit der Verschwörungsidee komme ich nicht zu der tiefen Erkenntnis, dass ich auch selbst mit in meiner Sparte auch selbst vorteilbringende Irrtümer im Kopf habe. Ja, weil das klingt wieder so, da außen sind die Verschwörer, die Verbrecher da draußen, ja, so projektionsmäßig immer da draußen, da drüben sind die. Aber meine wichtigste Erkenntnis in meinem Leben war ja, dass ich selbst erkannt habe, dass ich selber ich gehörte ja auch zur Gesundheitssparte, nämlich zur Sparte Psychotherapie, Psychoanalyse und Psychotherapien, ja, und dass ich selbst erkannt habe, hoppla, was ich da gemacht habe, ich habe als junger Mensch die vorteilbringenden Irrtümer meiner Sparte übernommen, auch nicht gründlich genug hinterfragt, auf Wahrheiten, aber ich habe es irgendwann gemerkt und dann habe ich damit aufgehört. Aber diese Erkenntnis, hoppla, ich muss auch, wenn ich Bäcker bin, muss ich mich hinterfragen, was mache ich da eigentlich als Bäcker? Ich glaube, dass ich den Leuten Gutes täte mit dem Brot, aber vielleicht ist Brot generell ein Krankheitstreiber. aber ja, also dieses, dass jeder lernt zu erkennen, dass gar nichts Schlimmes dabei ist bei der Erkenntnis, dass ich als Arzt erkenne, dass ich einfach gelernt habe, diese Mikroorganismen, diese winzigen Dinger für allmächtig zu halten, das hat man mir so beigebracht und das habe ich als junger Mensch, junger Arzt geglaubt. Da ist nichts Schlimmes dran, weil es uns allen so geht, aber wichtig ist, dass ich jetzt als Arzt erkenne, ich muss daraus aussteigen, ich muss erkennen, ja hoppla, viel wichtiger ist, ob die Leute gesund ernährt werden, ob sie gesund Sport machen, ob der Lebensstil gesund ist, die Luft sauber ist, das Wasser sauber ist, alles und so weiter, alles naturbelassen ist und ob auch der Lebensstil beglückend und immunstärkend ist. Es gibt ja unzählige Studien darüber, dass Küssen das Immunsystem stärkt, Sex das Immunsystem stärkt alles, ist ja eigentlich alles bekannt und trotzdem, ja, unser Wirtschaftssystem braucht den einsamen kaufsichtigen Single, der möglichst wenig Körperkontakt hat und sich stattdessen etwas kauft. Und das ist so der Punkt, das heißt, dafür ist noch Platz in der Welt für eine neue Partei, die den großen Wurf macht und sagt, wir hinterfragen uns jetzt alle mal und zwar auch unsere eigene Sparte. Wir hinterfragen jetzt, hoppla, da draußen ja die Bösen da im Gesundheitswesen mit ihren Irrtümern und ja, das kann ich erkennen, aber was ist mit meiner eigenen Sparte, mit meiner Sparte innere Sicherheit oder mit meiner Pädagogensparte, ja, wo, wo, wo sind denn meine eigenen vorteilbringenden Irrtümer, mit dem wir, nämlich meine Sparte, wiederum der Gesellschaft schaden. Und der große Wurf ist, wir müssen, dass wir alle aussteigen aus dem Schädigen, indem wir für jede Sparte knallharte, starke, positive Anreize setzen, damit überall die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und damit am Ende eine Menschheit mit 99% Wahrheiten im Kopf resultiert und keinerlei vorteilbringende Irrtümer mehr, weil sie ja durch die positiven Anreize, die vorteilbringenden Irrtümer, umgewandelt werden in nachteilbringende Irrtümer. Ja, die positiven Anreize wandeln ja die vorher eher nachteilbringenden Wahrheiten in vorteilbringende Wahrheiten um. Und die vorher vorteilbringenden Irrtümer werden durch die positiven Anreize umgewandelt in nachteilbringende Irrtümer. Ja, und dadurch kriegen wir dann mit unserer Hilfe und unseren Aufklärungen dazu, können wir der Welt eigentlich innerhalb von Monaten verhelfen, auszusteigen aus den vorteilbringenden Irrtümern. Und alles zu hinterfragen und eben auch so Fragen zu stellen, wie sieht denn eigentlich moderne Lebensstilmedizin aus? Was ist denn die, wo sind denn die gesündesten Ernährungsformen? Wie weit sind wir denn genetisch immer noch zu großen Teilen angepasst an eine Ernährung, wie sie vielleicht vor 400.000 Jahren Standard war? Ja, wie weit haben wir uns da genetisch schon an das Moderne ansatzweise angepasst? Aber wie weit sind wir vielleicht immer noch zum großen Teil unsere Stoffwechsel angepasst an naturbelassene Gemüse, naturbelassene Urformenartikel, Früchte und Obst und so weiter und Wildkräuter und was auch immer. Wie weit haben wir da noch, ist unser Stoffwechsel immer noch darauf geeicht sauber zu funktionieren nur damit und eben nicht mit Brot oder mit anderen Sachen. Ja, und das wäre der große Wurf. Und da ist der Punkt, dass in den Parteien, ich glaube, da ist gerade mal das drin, ja, die Gesundheitssparten, ja, die bösen Gesundheitssparten, ja, aber da hört es dann auch auf. Ja, ich habe das erlebt in einer Talkshow, da zum Beispiel, da war eine Pädagogin dabei, die hat natürlich ihre eigenen Vorteilbringenden Irrtümer, die wollte, dass es die Pädagogen wieder schneller und leichter an Geld rankommen. Aber sie wollte nicht, dass da positive Anreize gesetzt werden. Oder die Psychologin beim letzten Mal hatte Probleme damit, dass ihre Leistung gemessen werden sollte. Die wollte nämlich ein leistungsloses Einkommen weiterhin beziehen können. Also immer wenn es dann um die eigene Sparte geht, da glaubt man plötzlich seine eigenen Vorteilbringenden Irrtümer und dann hat und dann hat man irgendwelche Vorteilbringenden Irrtümer, warum dann plötzlich bei einem selber die Leistungsmessung nicht gut ist. Bei den Pharmakonzernen ja, da ist die Leistungsmessung gut und wichtig und bei den Impfkonzernen. Aber bei mir selber, bei meiner Psychotherapie, nee, da geht das nicht. und das ist dieses so, ja, fällt mir ein, dieses oder wie Floriansprinzip oder sowas, ja, sozusagen, bloß, wenn es einen selber betrifft, dann fällt es extrem schwer, diese, diese Selbst, diese Selbstwahrnehmung, hoppla, ja, also zum Beispiel jetzt, wenn man an die Kommunenleute denkt, mit denen wir ja schon öfters auch mal getalkt haben, ja, was ist, wenn man da so die Fragen würde, könnte es denn da sein, dass euer Weltbild zu großen Teilen aus vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Spaten bestehen könnte, ja, das ist, das ist schwierig, ja, und ich weiß nicht, wenn sie mich das gefragt hätten, als ich 25 war, so, und gerade so richtig schön munter mit der Psychotherapie gearbeitet habe und noch an die ganzen vorteilbringenden Irrtümer geglaubt habe, ich weiß nicht, ob ich es damals schon geschafft hätte, das zu hinterfragen, ja, und da sind wir, da ist, da beißt sich sozusagen die ganze Katze in den Schwanz, das 400.000 Jahre fehlende positive Anreize und ein riesiges Meer an vorteilbringenden Irrtümern von unzähligen Spaten, die alle sozusagen an dem großen Kuchen fressen, sozusagen, da rauszukommen, ist keine kleine Aufgabe. Ja, wir haben ja schon öfters auch drüber gesprochen, dass das ja schon von Kindheit an das Problem da ist. Man müsste ja praktisch, das gesamte Erziehungssystem müsste anders werden, das ganze Schulbildungssystem, die Kindergärten, alles müsste eben mit diesem, das Bewusstsein müsste gewett werden für diese vorteilbringenden Irrtümer. Ich habe es gerade eben gesehen, ja, ich habe es gerade eben gesehen, da ist einer, der ist wirklich hingegangen und hat dem Kind beigebracht, das war der berühmte Detektiv Monk aus dem Fernsehen, so Krimis, ich schaue ab und zu Krimis, zum Zeitvertreib einfach so, und da hat er dem kleinen zweijährigen Jungen wirklich beigebracht, Natur ist pfui, also das Kind hatte das natürliche Bedürfnis, einfach mal so einen Ast von der Natur in den Mund zu stecken, mal gucken, wie das so schmeckt, wie es sich anfühlt und so, von wegen, wie das eigentlich und dadurch impfen sich ja Kinder auch auf eine ganz natürliche Weise und so weiter und stärken ihr Immunsystem und wenn sie das nicht verkraften, dann sind sie halt genetisch so unglückliche Mutanten, dass es sowieso besser ist, wenn man sie zwar mit Schmerzmitteln ihnen hilft, aber nicht jedes Kind ist genetisch für diese Welt überhaupt konstruiert, weil die Evolution ist nicht so, das ist ja heute der Aberglaube, jedes Kind, das geboren wird, sei auch zum Leben bestimmt, dabei die Evolution ist ein grausames Lotteriespiel, da wird mit Genen Lotterie gespielt und ob ein Kind wirklich für diese Welt geeignet ist, das zeigt sich erst etliche Jahre später, aber so dieses zweijährige Kind und der Erwachsene hat dem Kind seine eigene Angst vor Natur, vor Keimen, vor Viren, Bakterien, Mikroorganismen, seine übertriebene Angst voll weitergegeben und hat dem Kind quasi unterrichtet, dass es jetzt Angst vor der Natur haben muss und soll und eben nichts in den Mund stecken darf und die Hände abwischen muss mit dem Desinfektionstuch, Sakrotan oder was auch immer, ja. So, da haben sie vollkommen recht, jetzt müsste man ja eigentlich, das müssen wir in der gesamten Gesellschaft die Dinge korrigieren und dann müssen die Eltern, die vorher gesagt haben, oh, Körperkontakt mit der hübschen Nachbarstochter, pfui, 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 dann müssen die sagen, ja, ihr habt Spaß, Kinder, ja, es kann ja nichts passieren, ja, es ist doch reine Natur oder, ja, Kind, stopf doch in den Mund so viel, wenn deine Gene dich dahin steuern, das zu tun, dann wird das auch nicht verkehrt sein, ne, also das heißt, dass wir, aber dazu müssen ja die ganzen Erwachsenen ausgestiegen sein aus den vorteilbringenden Irrtümern der verschiedenen Sparten, ne? Ja, genau so ist es und eben alle Menschen, die Einflüsse auf Kinder haben, seien es jetzt Großeltern, Onkels, Tanten, Kindergärtnerinnen und so weiter, die alle, die unterliegen ja diesen vorteilbringenden Irrtümern. Ja, und gerade mit denen müsste man die als erstes diskutieren, ja, also damit die nicht schon wieder an die Kinder weitergeben, weil die geben die eins zu eins weiter, weil die die selber glauben und das Kind merkt, die Eltern und die Großeltern glauben das und dann hat das Kind, wir sind nun mal das Nachahmungstier der Evolution und dann übernehmen wir das als Kinder und übernehmen, wir spüren die Angst der Eltern und der Großeltern, ja, ja, die Angst, ah, das Kind hat sich was in den Mund gesteckt, ach, ist eklig, jetzt kriegt das sofort eine schwere Krankheit und so, weil ja diese Mikroorganismen alle so unendlich gefährlich sind und so mächtig sind, ja, und dann spürt das Kind die Angst, kriegt selber auch die Angst und dann steckt es nichts mehr in den Mund und dann erst kriegt es Probleme, kriegt es Allergien und alle möglichen Dinge, weil sein Immunsystem nicht mehr richtig geeicht wird, ne, nicht frühzeitig, es gibt ja so ein Beispiel, das mir hängen geblieben ist, wenn sie rechtzeitig genug als Kind im Dreck gespielt haben, dann sind sie automatisch gegen Kinderlähmung geimpft, wenn sie aber zu sauber aufgezogen wurden als Kind und sie spielen danach im Dreck, dann kriegen sie Kinderlähmung, weil sie nicht früh genug damit, sie müssen in einem bestimmten Zeitfenster mit diesen Viren konfrontiert werden oder mit diesem, wie heißt das, Poliomyelitis Erreger oder so, ich weiß nicht genau wie das, also Kinderlähmungs Erreger Das ist doch faszinierend, ja, also normalerweise in der Natur, wenn die Kinder im Dreck spielen, werden sie also naturgeimpft gegen Kinderlähmung, wir die vorteilbringenden Irrtümer der Medizinindustrie und der Desinfektionsindustrie lassen uns unsere Kinder zu hygienisch aufziehen und dann müssen wir sie quasi mit Kinderlähmung impfen lassen, weil sie ja die Naturimpfung nicht bekommen haben. Ist das nicht faszinierend, wie das, wie dieser Wahnsinn alles ineinander greift? Wie dieser Wahnsinns Methode hat? Es ist ja heute immer noch oft in der Presse, dass eben Kinder, wenn sie beispielsweise auf dem Bauernhof aufwachsen, ein wesentlich besseres Immunsystem haben, als wenn sie eben nicht am Bauernhof aufwachsen, sondern in einer städtischen Wohnung mit Sakrataner. Ich kenne es sogar noch so weitgehend mit Bauernhof und dann am besten noch mit Hunden, die in den Wiesen tollen und die entsprechenden ganzen Keime von dort mitbringen und die die Kinder abkriegen, dann kriegen sie die stärksten Immunsysteme. Und ja, aber das ist bekannt, das sickert immer mal so überall durch, ja, sie kennen das, ich kenne das, wenn man jahrzehntelang sucht, findet man solche Sachen, ja, aber unterrichtet wird genau das Gegenteil überall, nämlich Mikroorganismen, die waren Killer, nein, starkes Immunsystem, Ernährung, vergessen sie das alles, sie müssen Antibiotika nehmen und sie müssen Impfungen kaufen, ja, und das glauben die wirklich, ja, das glaubt man wirklich, weil man so sozialisiert worden ist und wie gesagt, ich selbst habe auch, ich habe ein paar Jahre lang die vorteilbringenden Irrtümer der Psychotherapie Branche geglaubt, wie man das als ganz normaler Student macht, ich war ja nicht immer revolutionär, sondern ich hatte allerdings, ich habe einfach eine Dosis zu stark einen Wahrheitssuche willen, ja, und dann hinterfragt man sowas und die Professoren vom Weltrat, die haben sowas eben auch, da sind ja viele Mediziner dabei, Medizinprofessoren, Doktoren und so weiter, die aber sagen, ja, da stimmt was nicht mit unserem, mit dem, dem, was ich gefüttert werde, das ist vieles, sind vorteilbringende Irrtümer und wir müssen da neu denken, wir müssen eben Gesundheitsförderung und Prävention belohnen, damit eben nicht es, ja, und diese Ahnung, ja, hoppla, da ist sowas wie vorteilbringende Irrtümer, ja, was man lernt und was man anwendet und so weiter, aber das schadet der Bevölkerung, diese Ahnung, die haben halt nur ganz wenige Professoren, Doktoren und so weiter in der Welt, ne, und jetzt wäre es so schön gewesen, wenn wir das jetzt an ihre Parteikollegin jetzt heute hätten weitertransportieren können und so weiter und ja, und so ist das halt, alles andere ist wichtiger und gibt es halt andere Sachen sind halt wichtiger und 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 dann versteht man nicht, dass, ja, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, dass der Herr, wie hieß er noch, der Herr Baum, der, der jetzige Bundesvorsitzende, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Wahl gültig ist, ne, das wird ja, ich weiß nicht, ob das jetzt feststeht, also ich weiß nur, dass mal eine Sendung kam mit Osterhage und Baum als den neuen Bundesvorsitzenden. Also von der Basis ist der Herr Baum ist der Vorsitzende, ja, das habe ich heute auch mit der Frau Osterhage zusammen, oder? Von der hört man nichts, ne? Ne, ich weiß nicht. Und von der hat man nichts mehr wieder gehört, aber ich, ich habe damals Sendungen gesehen, dass beide, Osterhage und Baum, beide Doppelspitze seien, ne, dass alles doppelt besetzt wurde, ne, Osterhage und Baum, ja, aber der entscheidende Punkt, der Herr Baum, der hat ja wirklich geglaubt, der würde in Baden-Württemberg 15 Prozent kriegen. Der hat das ja geglaubt. Und jetzt redet man sich das Gleiche wieder bei Baden-Württemberg ein und ja, wie gesagt, also realistisch schätze ich 0,5 Prozent, ne, bin überrascht. Sachsen-Anhalt, 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 Sachsen-Anhalt kommt ja jetzt. Ja, also ein Prozent in Baden-Württemberg. Ja, statt 15, denn 15 hat er ja mit, der hat ja wirklich geglaubt, dass er 15 Prozent kriegt. Ja, ja. und das ist eben genau der Punkt, das ist eben mit, mit einem Programm, das in einem Teilbereich einige der Vorteilbringenden Irrtümer durchschaut, aber in allen anderen Sparten eher eigentlich Vorteilbringende Irrtümer befriedigt. Also zum Beispiel, wir haben es ja angesprochen, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem zu öffnen, zum Beispiel für alle Anbieter ohne Leistungsmessung. Haben wir ja oft diskutiert. Das wünscht sich natürlich jeder, jeder, der irgendwo in der Gesundheitssparte tätig ist und bis jetzt noch keinen Zugang zu den Krankenkassen hat. Der wünscht sich natürlich, dass ohne, dass seine Leistung gemessen wird, ohne die gemessen wird, ob er gesundheitsförderlich auf die Kunden wirkt oder gesundheitsschädlich auf die Kunden wirkt. Das wünscht sich natürlich jeder, wenn es darum geht, maximalen Zugang zum Futter. Ja. Aber das darf man doch bitte nicht zu einem Parteiprogramm machen. Ja. Dass man quasi einer Sparte wieder mehr Geld abgreifmöglichkeiten gegenüber der Bevölkerung ermöglicht, wo ist da der Dienst an den Wählerinnen? Die Wählerinnen brauchen doch ein System, das sie schützt vor den Sparten. Ja. Und das, wenn das den Wählern deutlich gemacht wird, wir schützen sie vor dem Zugriff dieser Sparten, indem wir durch die positiven Anreize es unmöglich machen, durch Schädigung von ihnen, liebe Wählerinnen, Profit zu machen. Dass es nur noch Profite gibt und jetzt kommen wir noch an den nächsten Punkt. Sie erinnern sich ja, ich habe ja hier ihr schönes Bild. Soll ich es Ihnen mal gerade zeigen? Warten Sie, ich zeige es Ihnen mal schnell. Präsentieren. Da. So, wo ist es? Hier, Moment. Da. Da sind ja Ihre schönen Bilder hier. Und dann Ihr Neues ist ja hier. Können Sie es gut sehen? Die sechs Kettenglieder der Basisdemokratie oder der Machtbegrenzungskette oder der Demokratisierungskette oder echter Basisdemokratie. Genau genommen sind das alles Punkte, die ungefähr das Gleiche bewirken wollen. Eigentlich können wir alles wegstreichen, wenn die Gesellschaft sagen würde, wir wollen die Wohlfühlstimme haben, dann hätten wir eigentlich etwas allein mit der Wohlfühlstimme könnten wir all das ersetzen, weil mit der Wohlfühlstimme bewirken wir das, was wir mit den Vorwahlen Minivolks entscheiden wollen, nämlich dass letztendlich die Politik im Dienste der Wählerinnen stattfindet und dass neue Leute, Reformer mit neuen Ideen sofort wirksam werden in der Gesellschaft. Das werden die Parteien machen, sobald die Wohlfühlstimme funktioniert, werden die Parteien das machen. Denn was geschieht, wenn sie sozusagen, sagen, was passiert, stellen sich vor, Laschet, Söder, Kretschmann, alle Ministerpräsidenten und Bundesländer kriegen volle Entscheidungshoheit, also nichts mehr Bundesvorbehalt, also irgendwie Bundesgesetz oder so, sondern die haben das Recht, wie kleine Staaten sich selbst zu regieren. Und dann guckt man nur einfach, wie entwickeln sich denn die Wohlfühlstimmen der Wählerinnen in Baden-Württemberg verglichen mit Bayern, verglichen mit Nordrhein-Westfalen, verglichen mit Sachsen-Anhalt und daraus sehen dann die Wähler, das wird öffentlich gestellt, immer von den Landeswahlleitern und Bundeswahlleitern und dann sehen die Wählerinnen, aha, das Land, wo die Grünen regieren, da entwickeln sich die Wohlfühlstimmen am positivsten oder am negativsten. Egal, wie das ausgeht, entweder werden die Wähler dann in ganz Deutschlands sagen, in Zukunft wählen wir nur noch Grün, weil wo Grün regiert, geht es den Leuten besser als in den anderen Bundesländern, geht es stärker bergauf mit dem Wohlfühlen und können Sie das nachvollziehen, dass eigentlich diese sechs Punkte eigentlich so auf Nummer sicher gehen sind, eigentlich nochmal in die gleiche Kerbe schlagen und das Problem lösen, aber eigentlich könnte allein die Wohlfühlstimme alles lösen, weil die ist ja ein ständiger Volksentscheid. Ja, das sehe ich im Prinzip auch so, dass die anderen Punkte sind eigentlich mehr so Hilfsmittel. Ja, oder die zeigen, was man eben auch machen könnte, wenn man die Wohlfühlstimme nicht will, dann kann man es eben auch so machen oder ja und das ist einfach mal so, diese sechs Kettenglieder sind einfach das, was man so alles machen kann, um Richtung Demokratie sich zu bewegen. Aber eigentlich brauchen wir nur die Wohlfühlstimme, dann brauchen wir die anderen nicht unbedingt, weil da ist alles drin. Denn in der Wohlfühlstimme steckt ja auch das drin, ja. Der Dr. Wolfgang Wodag, erinnern Sie sich, der hat doch dieses Budgetierungsmodell so bevorzugt beim Corona-Ausschuss, ne, das Regionalbudget. Da ist die Frage, die er sich nicht gestellt hat, was ist denn, wenn jetzt die Psychiater jemanden, der selbst mordgefährdet ist, deswegen nicht in eine Klinik einweisen, weil das von ihrem eigenen Geld abgeht und sie das Geld lieber selber behalten wollen und er bringt sich dann um. Was ist dann? Dann hat in dem System von Dr. Wodag der Arzt gewonnen und der Patient ist tot. Wollen wir das? Soll so eine Reform aussehen? Bei unserem System mit der Wohlfühlstimme wäre es so, der Mensch gibt ja dann, der den Selbstmord begangen hat, gibt ja jetzt den Rest seines Lebens die sieben ab. Also nicht eine sechs minus, sondern noch mal deutlich schlechter. die sieben bis zu dem optimalen Sterbealter, auf das sich die Gesellschaft geeinigt hat. Und das heißt, dieser Arzt würde jetzt dafür, dass er den Patienten eben nicht rechtzeitig zum Schutz in die Klinik geschickt hat oder eingewiesen hat, blutet er jetzt finanziell wegen der sieben, die für diesen Patienten jetzt noch jahrzehntelang weiterläuft. Also den, der sich Selbstmord begangen hat. Und dadurch wird der Arzt immer abwägen, nicht zu wenig zu tun und auch nicht zu viel zu tun. Immer das richtige Maß zu finden. Während in dem Budgetierungsregionalbudget von Dr. Wodag es vorkommen kann, dass der Arzt zu wenig macht, um das Geld in der Kasse zu behalten und dass dabei zum Beispiel passieren kann, dass der Patient sich umbringt, weil er nicht rechtzeitig in die Klinik gebracht wird. Und so sieht man die Wohlfühlstimme, die denkt eigentlich an alles. Alle Beteiligten müssen alles tun, damit es ihnen, Frau Mesli, so gut wie möglich geht. Und sie nicht vorzeitig sterben, denn das wäre der schlimmste Fall oder wäre auch dann wirtschaftlich der schlimmste Fall für alle beteiligten Personen, die mit ihnen zu tun nachdenken. Was ist, wenn die Ärzte jetzt hingehen und die Leute alle mit Glückspillen vollstopfen? Dann sterben die natürlich nach einigen Jahren, denn man kann nicht ungestraft die Leute alle mit Happy Drogen vollstopfen, ohne dass das die Körper schädigen würde. Das funktioniert nicht. Jetzt kann man sagen, was ist aber, wenn dann ein Arzt sagt, ich führe die Ranglisten zehn Jahre an und gebe nur den jungen Leuten diese Glückspillen, heimlich oder so, und dann setze ich mich ins Ausland ab mit dem Geld, das ich verdient habe und so weiter und wenn dann die Leute frühzeitig sterben hinterher, weil sie geschädigt sind durch die Drogen, dann habe ich mein Geld schon gemacht. Muss man darauf aufpassen, so eine Gefahr könnte es geben. Also muss man immer auch, was ich bei Lebensmittelhändlern vorgeschlagen hätte, ist, dass man eben auch in den oberen Positionen der Ranglisten sogenannte Doping-Tests macht, ob die nicht in die Nahrungsmittel heimlich Happy-Pillen reingetan haben, Happy-Drogen. Ja, muss man machen, muss man machen, wenn man die Wohlfühlstimme als Kriterium hat. Aber das ist handelbar. Das ist handelbar. Man kann es so regulieren, dass die Ärzte, wenn sie sagen, jemand muss Schmerzmittel bekommen, also sogenannte stimmungsaufhellende Drogen oder so, dass dieser Patient dann einfach von anderen betreut werden muss, nicht mehr von ihm selber, damit er selbst daran nichts verdienen kann. Und ja, es gibt dafür eine Lösung und das ist aber auch das einzige Problem. das einzige Problem, was wir haben, sind die Happy Pills sozusagen, die glückssteigernden, wohlfühlsteigernden Pillen, die den Körper ruinieren, aber langsam ruinieren und aber jetzt erst mal ein Wohlfühlen erzeugen. Und bei denen muss es so sein, ein Arzt macht sich strafbar, also 15 Jahre Gefängnis, wenn er dies nicht offiziell macht, aha, bei dem Patienten halte ich jetzt ein Medikament für sinnvoll, das auch eine Happy Pille, also eine glücklich machende Pillenwirkung mit beinhaltet, diesen Patienten muss ich jetzt aus meiner Hand rausgeben und dann muss es irgendwie von einem speziellen Gremium betreut werden, dass der jetzt eben auch glückssteigerndes Medikament bekommt und dann dass der Arzt aber davon eben nicht profitieren kann und niemand davon profitieren kann, auch dieses neue Gremium dann daran nicht profitieren kann, weil es dann muss man halt dieses Gremium unter anderen Anreiz Konstellation setzen, also und das ist aber auch das einzige Risiko und wenn man das Risiko dann in Kontrolle hat, dann bleibt dem Arzt gar nichts anderes mehr übrig als ohne Drogen alles zu tun, dass die Menschen einen in seinen Kursen einen glücklichen gesunden sunden kerngesunden spaßmachenden Lebensstil erwerben und kerngesund bleiben. Was meinen Sie wie gern ich zurzeit singen und tanzen würde Herr Willen? Ja, das habe ich gemacht vor der Corona Krise und das hat mir so viel Freude gemacht beides also das war klasse und da ging es mir auch gesundheitlich wirklich gut. Ja, also ich bin ja, ich habe ja mit einem Kollegen der hatte Musik Wissenschaft studiert und wir haben ja so zusammen über das Konzept Community musizieren nachgedacht so gemeinsam musizieren nicht so schwierig wie in einer Band ja jeder muss Profi sein und so weiter sondern 30 Leute und jeder drückt irgendwo rechtzeitig auf eine Taste oder singt was oder und dies ja und das Gesamtergebnis klingt gut auch wenn jeder nur ganz wenig kann aber gemeinsam musizieren gemeinsam singen gemeinsam tanzen und singen und so weiter ja oder immer einer geht raus aus den Instrumenten oder ein paar und tanzen in der Mitte und so weiter ja also solche das ist das ist bestimmt klar ich glaube dass das unsere genetische Natur ist eine unserer natürlichen Glücksquellen ist singen tanzen musizieren mit Sicherheit Sicherheit also das ist unbezahlbar zum Beispiel in einem Chor zu singen das ist so schön ich habe da eine Gemeinschaft kennengelernt das war richtig beglückend wirklich muss ich schon sagen ja und das raubt uns unseres jetziges System raubt es uns und jetzt gerade raubt es der besondere also die Gesundheitssparten die jetzt halt so richtig mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen und jetzt ihr Hauptgeschäftsmodell der Zukunft gefunden haben dass sie sich wahrscheinlich so leicht jetzt nicht mehr nehmen lassen werden und jede alle Sparten zusammen rauben uns das ja denn wie gesagt ich habe halt so wenn man schaut und immer wieder auch in der Ethnologie so immer es gibt ja außer den Bonobos kein Naturvolk mehr aber ein natur nähere Volker und wenn man die anschaut mit welcher Freude die singen und tanzen und musizieren und ja und mit ganz einfachen Mitteln und wie viel Spaß die daran haben und so weiter dann gewinnt man schon die Überzeugung dass das eine natürliche Glücksquelle ist dass das einfach zu uns genetisch dazugehört ja und und gucken sich an wie viele Menschen haben das heute noch im realen Leben eben nur noch ziemlich wenige die das Glück haben diese beglückenden Erlebnisse im Chor überhaupt machen zu dürfen diese Erfahrungen ja und jetzt ja nicht wegen den ach so gefährlichen Aerosolen ja genau ja aber so ist das es gibt immer es gibt immer gegen unsere natürlichen Glücksfällen und sie wissen ja dass ich ein Steckenpferd ist ja für mich so Körperkontakt Massage Fellpflege der Affen sozusagen und Sex und so weiter aber auch da egal ob es musizieren singen und tanzen ist oder Sportspiele oder 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 eben Körperkontakt ist es gibt immer ein Argument irgendwelcher Sparten warum das jetzt schlecht ist und gefährlich und und unschicklich und und böse ist und so weiter ja das ging ja sogar so weit erinnern sie sich noch daran wann war das noch vor ein paar Jahrzehnten erst also ist hier erstens wie lange ist es her wo Homosexualität zum Beispiel noch als als Straftat galt also ich denke es war noch eine Straftat so wo ich so in der Jugend war sagen wir mal so 70er Jahre ja das heißt also ja also das heißt also dass da einfach etwas natürliches wo Menschen sich nicht wehtun sich nicht foltern sondern einfach Spaß miteinander haben wurde einfach verurteilt ist doch ein Hammer eigentlich wieso lässt man nicht einfach die Leute machen was sie lustig sind solange sie niemanden niemanden sich da solange sie nicht mit den anderen foltern und quälen und malträtieren ja und 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 so ist es auch mit der mit der Sexualität oder kennen Sie noch wann war das als Ärzte gesagt haben ja Selbstbefriedigung das schädigt das Gehirn ja das war auch da 60er 70er Jahre war das da noch gab es das noch als Aberglaube damals ja und dann gab es einen Professor der Psychologie Arnold Lazarus das Buch Innenbilder im Studium habe ich dann studiert das war also kognitive Verhaltenstherapie ja und der hat das Ungeheuerliche gemacht und hat gesagt nein also sie hat zu seinen Patienten gesagt sie sollten mal etwas mehr Selbstbefriedigung machen denn das ist gut für die Gesundheit und ja und so weiter ja aber eigentlich eine Ungeheuerlichkeit wenn noch ein paar Jahrzehnte vorher eigentlich gesagt wurde das schädigt das Gehirn ja also aber so wird man dann als junger Student wird man natürlich nachdenklich ja was was ist da los ja und dann kommt man eben irgendwann ja kommen dann diese Ideen vorteilbringende Irrtümer ja und ja und eben und es ist ja eben ganz klar welche Sparte profitiert am meisten von dieser Körperfeindlichkeit von den vorteilbringenden Irrtümern die uns alle zur Körperfeindlichkeit hinlenken na im Prinzip alle Konsumhändler weil und auch die Ärzte schafft also die die Gesundheitssparten profitieren davon und die Händlersparten profitieren davon denn Menschen die einen Glückshormonmangel haben im Körper sozusagen die neigen dazu mehr zu kaufen mehr süchtig zu konsumieren und durch den Suchtkonsum von Alkohol Zigaretten Süßigkeiten werden sie häufiger krank und davon profitiert dann wieder die Gesundheitssparten profitieren da wieder davon ja also insofern ist das quasi sozusagen so dass wenn dann eben solche Irrtümer einmal geboren sind und sich einmal dann so richtig als vorteilbringend erwiesen haben dann dann ist das einfach ein Geschäftsmodell das Beispiel war ja auch mit dem erinnern Sie sich noch an den Kaiserschnitt da haben wir schon mal drüber gesprochen glaube ich da muss irgendeiner in einer Fachzeitschrift ein paar Irrtümer formuliert haben so nach dem Motto Kaiserschnitt ist immer das Beste in jeder Situation für jede Frau und für jedes Kind das Beste und dafür muss er dann irgendwelche Scheinargumente gefunden haben also eben Irrtümer die aber den Vorteil brachten dass jeder der konnte jetzt dann jeder Arzt konnte das dann da nachlesen das einfach übernehmen nicht so besonders nach Wahrheit fragen sondern einfach nur spüren ja das bringt uns bares Geld und diese Argumentation übernehmen diese Vorteil bringenden Irrtümer übernehmen und dann plötzlich schlagartig ging die Zahl der Kaiserschnitte in die Höhe und was war am Anfang gestanden die plötzliche Erhöhung des Honorars für Kaiserschnitte und am Ende breitet es sich da irgendwie ein Vorteil bringende Irrtümer breiteten sich rasend schnell aus vielleicht über eine sogenannte Fachzeitschrift also eine eine pseudowissenschaftliche Vorteil bringende Irrtümer Verbreitungszeitschrift ja und innerhalb kürzester Zeit wurde auf Teufel komm raus überall und der Trend sitzt sich ja noch fort heutzutage obwohl jetzt mittlerweile ja bekannt ist Dr. Medgerd Reuter Mitglied die Basis hat das ja formuliert und Dr. Professor Manfred Spitzer oder nee wer war das wer hat das noch formuliert also viele haben das ja schon formuliert dass Kaiserschnitt gesundheitsschädlich ist für für Mutter und Kind auch für das Kind das Leben ein lebensverkürzender Faktor ist Geburt per Kaiserschnitt vielleicht weil das Mikrobiom nicht richtig übertragen wird bei der Geburt dann ja also und ja aber es wird einfach gemacht weil es Geld bringt ja und deswegen so positive Anreize wir müssen wir hätten vor 400.000 Jahren sofort Gutes tun ganz gezielt belohnen müssen und dass wir das nicht gemacht haben das bedeutet dass wir jetzt jetzt sitzen wir haben wir den Salat weil jetzt haben wir so viele vorteilbringende Irrtümer dass die Leute es gar nicht mehr schaffen das alles zu durchblicken ja sondern einfach so denken ja also mein Weltbild ist doch realistisch nur jetzt bei der Gesundheitssparte da ist läuft was schief aber bei meiner eigenen Sparte nee da läuft alles gut da 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 ist alles Wahrheit bei meiner eigenen Sparte nee also bei meinem eigenen Beruf ist alles richtig ja aber dabei beginnt die große Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung ja Selbsterkenntnis beginnt dabei ja wo sind denn meine eigenen vorteilbringenden Irrtümer meine eigenen Sparte also sozusagen meine Aufforderung an die Talkrunde sagen sie mir wo sie denken dass ich selber voll bin von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten entweder meine eigenen oder fremder Sparten die mich manipuliert haben und die mich jetzt bestimmte Irrtümer glauben lassen nur das müssen wir wirklich das muss man innerhalb der Partei die Basis müsste sich das jetzt im Prinzip jedes Mitglied gegenseitig fragen sozusagen so zweierrunde sag du mir wo du denkst dass mein Weltbild aus vorteilbringenden Irrtümern besteht und dann Stuhlwechsel oder so Situationswechsel jetzt frage ich dich sag du mir wo du meinst dass mein Weltbild aus lauter vorteilbringenden Irrtümern besteht ja und das wäre der große Wurf das ist das worauf die Gesellschaft warten würde dass es plötzlich heißt Polizei wird endlich belohnt wenn sie uns hilft wenn sie dafür sorgt dass wir nicht mehr Opfer von Straftaten werden können weil sie ganz anders mit den Tätern umgehen als bisher ja oder ja und dass also das gutes tun wirklich so gezielt in allen Sparten belohnt wird ja dass eben der Lehrer nicht einfach mehr Karriere machen kann wenn er die Kinder quält ja sondern dass er nur noch wenn die Kinder wenn er die Kinder inspiriert und deren Spaß am Lernen maximiert und die so richtig kreativ und innovativ werden nur dann kriegt er noch Verdienstzuschüsse und landet in den Ranglisten weiter oben ja und alles andere sozusagen ja das würden die Wähler als den großen Wurf empfinden weil die irgendwo schon die Wähler und wir müssen uns ja klar sein ich habe es schon oft gesagt was haben sie es schon noch in Erinnerung wie viel wir haben 83 Millionen Menschen in Deutschland wie viel davon wählen überhaupt ich glaube sie haben so was von 45 Millionen gesagt ja manchmal sind es ein paar mehr aber ich habe gerade einen neuen Bericht gelesen bei GMX vorgestern ja wissen sie wer nämlich alles nicht zur Wahl geht kennen sie schon die neuen Studien dazu also je sozial schwächer die Menschen sind desto seltener gehen sie zur Wahl weswegen erst mal man kann ja trotzdem über das Thema diskutieren bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter aber erst mal muss man wenn man gewählt werden will erst mal Politik für die 45 Millionen machen die überhaupt zur Wahl gehen denn denn die 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 nicht zur Wahl gehen das haben schon viele versucht die zu reaktivieren da von den von den Millionen die da nicht zur Wahl gehen ist es mal gelungen vielleicht mal hier mal ein paar tausend zu reaktivieren und da ein paar tausend aber das sind meistens eingefleischte Nichtwähler und die kriegen sie mit nichts dazu überhaupt sich für das Ganze zu interessieren und deswegen ist so unser Motto erst mal über fünf Prozent kommen und bis dahin erst mal wirklich nur gucken was könnte die 45 Millionen Menschen denen was bringen und dann muss es eben aber auch gewaltig groß sein und neu sein weil sonst sagen die ja warum soll ich nicht die Grünen wählen wenn das so ähnlich klingt wie die Grünen es muss schon was ganz anderes sein ein ganz großer Wurf und deswegen spreche ich jetzt in letzten Sendungen immer von dem ganz großen Wurf dafür hätte ich gerne heute ihre Parteikollegin gewonnen die nicht gekommen ist sehen sie und dann sind wir wieder in der Sackgasse können wir nur hoffen dass nächsten Dienstag vielleicht was möglich ist ja aber sie verstehen sie verstehen warum ich die Sendung gemacht habe die Menschheit ist nicht mehr zu retten verstehen sie ja jetzt würde ich sagen jetzt beenden das Ganze mal ja also dann beenden wir das mit dem Schluss Satz kennen sie das haben sie mal latein gelernt ich glaube so ungefähr geht das Ceter um Censio Carthago Dellendam esse oder Carthaginem also auf jeden Fall heißt das so ein alter Römer und der hat jede seiner Reden beendet mit im Übrigen meine ich dass Carthago unbedingt zerstört werden müsste Carthago das war ja der große Feind von Rom damals so und jetzt sage ich jetzt bei jeder Sendung mache ich am Schluss immer so Ceterum Sensio dass wir das nicht mehr packen mit der Menschheit wo soll ich Hoffnung hernehmen Frau Mesli wo nehmen wir Hoffnung her immerhin sie sind jetzt Parteimitglied sie können irgendwann einen Antrag stellen und dann werden sie sehen ob die Parteibasis demokratisch ist ob dann überhaupt intern beschlossen besprochen wird und eigentlich müsste ja die Parteibasis darüber konsensieren ob sie denn weiterhin die Next Scientist for Future bekannt vom Corona Ausschuss und von KNFM und Kai Stuth sozusagen als Quelle wichtiger Reform Inspirationen aus ausgrenzen möchte ja und dann wird man das feststellen ja so oder so immerhin können sie das jetzt dann dieses Experiment machen ja derzeit wird viel konsensiert ja eben aber Riesenmehl bekommen ja aber eben eben nicht eben eben nichts was was eben uns dem ganz großen Wurf näher bringt sondern das sind wahrscheinlich mini Würfchen alles haben sie oder ist ihnen irgendwas aufgefallen was da eine gute Idee drin war oder wo irgendwo eine interessante neue Idee drin war also ich habe noch gar nicht so viel anschauen können das war jetzt nur weil die Gesundheit sparte und da da werden halt jetzt gefordert zum Beispiel eben dass Heilpraktiker auch ja in die Praxen rein dürfen und sowas alles also Krankenkassenzugang kriegen ja ja so in der Richtung ja und was ändert das an den Vorteil bringenden Irrtümern aber da war nichts mit Qualitätskontrolle oder sowas keine Leistungsmessung keine Gesundheitswirkung keine Krankheitsverhinderungswirkungsmessung nichts gar nichts sondern einfach nur also was vor allem diese Illusion warum sollen Schulmediziner voll sein von vorteilbringenden Irrtümern und Heilpraktiker nicht voll sein von ihren spezifischen vorteilbringenden Irrtümern die wiederum den Heilpraktikern mehr Geld bringen ja man muss also wenn man das logisch überlegt sieht man dass ja Heilpraktiker genauso voll sein müssen voll von ihren spezifischen berufsständigen ständischen vorteilbringenden Irrtümern also das ist quasi wir kommen vom Regen in die Traufe ja und das soll der große Wurf sein ja dabei beginnt der große Wurf eben damit dass wir sagen wir öffnen für alle aber unterziehen sie alle und messen alle wie sich die Wohlfühlstimmen der Kunden entwickeln ab dem Moment ja ja dann das ist der große Unterschied und ja das ist eben genau darüber wird konsensiert nämlich etwas zu machen was eben die Wähler nicht begeistern wird viele werden sich denken ja und was bringt das dann wenn wir jetzt dann jetzt müssen wir die ärzt bezahlen jetzt müssen wir zusätzlich auch noch die heilpraktiker bezahlen kennen sie die studie dass wenn sie in einem dorf einen arzt haben dann verursacht der was weiß ich hunderttausend euro kosten im monat dann macht der zweiter auf jetzt müsste man denken jetzt müssten sich doch eigentlich die das teilen und jeder 50.000 kriegen von den beiden verdoppeln sich dann die kosten genau weil jeder schafft sich Einnahmemöglichkeiten und jeder findet Wege die Leute so chronisch krank zu halten dass dann am Ende die Gesamtkosten sich auf 200.000 belaufen und nicht auf zusammen 100.000 geteilt durch zwei ist 50.000 für jeden nein sondern jeder verschafft sich selbst Arbeit ja und so wird das vernünftige Leute werden denken ja gut wenn wir jetzt lauter Heilpraktiker drin haben die werden also die Kostenspirale einfach nach oben treiben und der Bevölkerung wird es keinen Deut besser gehen weil die ja auch alle wieder chronisch Kranke von denen sie leben und die sie verwalten ja das ist traurig also das heißt die Basis ist wieder dabei alles verkehrt zu machen ja aber ich hoffe sie fanden es trotzdem anregend so diesen Blick nochmal ein bisschen mehr noch zu erweitern so auf diesen Gedanken ja das was im Weltbild auch über mich selber mal nachdenken muss das haben sie mir jetzt beigebracht und dass eben alle Sparten betroffen sind von diesen vorteilbringenden Irrtümern und dass wir überall die Wohlfühlstimme brauchen genau in allen Sparten und besonders auch in der eigenen Sparte weil man da ja auch gar nicht weiß ob man da nicht irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer mitschläppt sozusagen so diese Schlüsselfrage wie komme ich auf die Idee dass es zwar Probleme gibt in den Gesundheitssparten aber in meiner eigenen nicht ja das ist doch der heute das war der erweiternde Blick für heute ne ja ich hoffe dass sie da ein bisschen Spaß dran hatten denn wie gesagt ich bin für mich war das Schlüsselerlebnis weswegen ich meinen Beruf als Psychotherapeut niedergelegt habe weil ich erkannt habe dass ich da einfach reingefallen war auf die vorteilbringenden Irrtümer meiner Sparte ich habe die von der Universität einfach übernommen und dass ich da reingefallen bin ich habe da ganz gut mit verdient aber meinen Patienten habe ich eher geschadet wie jeder andere auch ja dann haben wir doch eine gute Sendung gemacht ich hoffe also auf jeden Fall haben wir das Beste draus gemacht da ist ja wieder keiner gekommen ja also deswegen ich biete es wieder am nächsten Dienstag an ich kann ja nicht mehr machen als es anzubieten aber sie sehen es ja da meldet sich die Basis bei mir drei Leute mailen mich an und dann biete ich an Talkshows und so weiter und es kommt man hört nichts mehr von den Leuten ja also aber immerhin haben wir fast anderthalb Stunden wieder eine ganz tiefsinnige Talkshow dann wie gesagt die nächste Einladung kommt dann für dienstags 20 Uhr und vielleicht gibt es ja dann beim nächsten Mal die Parteifreundin ja sie hat schon geschrieben sie will versuchen beim nächsten Mal dabei zu sein wollen wir es hoffen aber sie sehen es ja an dem was beim Konsensieren läuft es läuft in Richtung eines kleinen Würfchens von dem man gar nicht weiß ob das nicht am Ende sogar für die Wählerinnen schädlich ist von wegen einfach noch mehr Heilpraktiker heißt noch mehr Kosten und noch mehr Kosten für die Wählerinnen anstatt die Kosten zurückzufahren wie wir das wollen alles klar dann wünsche ich einen schönen Abend und ein tiefes Nachdenken über die Frage nach den vorteilbringenden Irrtümern der eigenen Sparte alles klar Tschüssi Tschüss